Das ist der Julius Erdmann aus Baderborn. Das ist der Julius Erdmann aus Köln. Tommy Rosenkranz aus Baderborn. Ja, beide Julius Musiker noch studieren, ich studiere so ein bisschen das Leben und die Gitarre und zusammen sind wir Dualchor seit zwei Jahren in dieser Besetzung. Ja, also ich spiel Trompete und Pflügelhorn, also das ist die Trompete, das ist das Pflügelhorn, mit allen möglichen Dämpfern und so weiter. Und Tommy spielt die Gitarre und wir singen beide, was irgendwie so der Kern eigentlich ist. Wir spielen Cover-Songs, allerdings dadurch, dass die Besetzung schon relativ außergewöhnlich ist mit Trompete und Pflügelhorn zum Beispiel, wie wir sagen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Songs so ein bisschen so ein eigenes Arrangement direkt haben. Dazu setzen wir uns auch noch zusammen und entwickeln die Arrangements dann zusammen. Wir spielen natürlich auf jede Art von Veranstaltung, Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen, Scheidungen. Gerichtstermine. Ich finde das Wichtige ist, dass die Leute irgendwie geil drauf sind, dass die cool sind, dass die Bock auf unsere Musik haben. Weil wir machen natürlich jetzt keine Schützenfestmucke oder so, das ist schon ziemlich, das ist schon was Besonderes. Und dass die Leute das auch wertzuschätzen wissen, dass wir uns nicht nur gut verkaufen können und deshalb an irgendwie hochqualitativen Gigs kommen, sondern dass dann eben auch eine gute musikalische Sache, dass das einfach geile Musik ist, die dahinter steht. Aber Philippa hat das auch gemacht. Wir können eine Anlage mitbringen, die kann aber auch gestellt werden. Das ist einfach eine Frage der Absprache, wobei wir genauso oft und gerne, ich glaube da kann ich für dich mitsprechen. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ja stimmt, also ich persönlich spiele immer gerne unplugged, also kabellos, nur mit der Gitarre auf der Torpete, unverstärkt ohne Anlage, einfach weil die Musik dadurch nochmal besonderen Klang kriegt. Man hat tatsächlich, ja, wir stehen tatsächlich in der Menge und laufen um die Tische rum oder was auch immer das für eine Veranstaltung sein mag und spielen unser Instrument unverstärkt, was das Ganze nochmal ein bisschen besonderer macht, finde ich. Ich mag das zumindest sehr gerne. Ich mag das zumindest sehr gerne. Ich mag das nur, ich mag das auch gerne.